Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Factorio hier aus T-Game-Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich wollte eigentlich mit dem Lied anfangen, nach dem Motto, wir brauchen Platz, Platz, Sicher, Digi, aber ich kann einfach nicht gut genug sehen, dass ich das irgendwie rüberbringen hätte können, dass das irgendwie Sinn macht. Aber ich war fleißig. Ich habe hier unten vier Inventarsand reingeschmissen ins Meer und habe hier die ganzen Würmer weggemacht und alles, damit wir hier unten Bauplätze haben. Also hier ist jetzt einiges sozusagen entstanden und ich muss wahrscheinlich hier, aber eine Stromleitung ist da mit drin. Sehr gut, also die ist mit da drin. Sehr schön, dann kann das alles gebaut werden und dann können die nämlich dann loslegen da unten, meine Robbys und dann haben wir hier unten wieder einen neuen Bauplatz. Hier oben ein Experiment, sage ich mal, war eigentlich recht okay soweit. Ich habe hier unten auch einmal bauen lassen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Sendeplatz oder wie auch immer man das nennen möchte, dann kann ich nämlich das jetzt hier in der Mitte erstmal abreißen bis, glaube ich, da hin? Ne. Ich glaube, die muss ich sogar noch stehen lassen, weil die sonst keine Verbindung haben. Aber ich könnte jetzt theoretisch hier alles voll sanden und könnte dann hier den nächsten reinsetzen, wenn ich denn das so mit meinen Baurobotern machen möchte. Ein bisschen Sand müssen wir noch irgendwo hinbringen. Irgendwo ist hier noch... Ach ja, da ist noch eine Kante mit Sand, die gebaut werden soll. Da fliegen sie gerade hin. Schön. Also, das funktioniert ja auch einigermaßen, aber geht halt mit mehr Baudrohnen und größeren Baudrohnen oder beziehungsweise größeren Radien der... Wie heißen die Dinger hier? Roboterhangars natürlich deutlich besser. Könnte ich auch noch schon eigentlich eine Kante langklingen lassen? Habe ich das noch im... Oh, das ist das hier, ne? Den könnte ich da eigentlich auch noch schon mal ranbauen, weil bis dahin können die durchaus alle fliegen. Weil die Viecher, die haben ja maximal bis dahin geschossen. Also, von daher, da bin ich ja selber langgelaufen. Also, da dürfte den Robbys nichts passieren und dann ist das hier auch schon mal ausgeleuchtet. Und unser Gebiet vergrößert sich peu a peu. Hoffen wir mal das Beste, dass es gut gelingt. So, was man dazu natürlich in Massen braucht, sind so ein paar andere Sachen. Achso, Sand habe ich noch. Also, ich habe hier noch diese ganzen Bommel noch. Das bringen wir jetzt erstmal wieder weg. Oder zurück in die Produktion oder halt in den Kisten, wo unsere Robbys das benutzen können. Einen so einen Masten habe ich irgendwie beschädigt. Keine Ahnung warum und wie ich dazu gekommen bin, aber der war mit mal kaputt. Weiß ich nicht, ob ich da mal irgendwo nicht aufgepasst habe mit den Würmern oder so. Dass ich dann dann, als das auf mich geschossen hat, neben so einem Mast stand. Kann möglich sein. Also, da will ich mich jetzt nicht festlegen, sagen wir mal so. Gut. Dann schmeiße ich immer den Sand zurück. Also, hier die Kiste, die war gut gefüllt. Also, da habe ich jetzt sehr gut rausnehmen können. Das hat gut geklappt. So, dann gucken wir mal, ob ich alles mitkriege. Natürlich nicht. Aber wir können ja noch ein paar Sachen entsorgen. In die Richtung. Ich glaube, das ist so ungefähr das gleiche Ding. Nur mit Bahnhof. Dann mache ich das mal lieber raus. Nehme ich lieber den mit Bahnhof. Das ist das Depot. Und was haben wir hier schön jetzt? Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das Ding ist der Bahnhof hier unten. Ja, und Baumängel wurden entdeckt. Das ist einfach nur Sand. So eine Reihe. Nicht mal da mit rein. Als müsste eigentlich... Oh, nee. Das reicht noch lange nicht. Gut, dann müssen wir doch erst die Bommeln wegbringen. Die ich dabei habe. Ich könnte mir wieder so ein Wasser mitnehmen, weil ich mir wieder Wasser durchmachen muss. Na, Judy. Ist ja nicht weit weg. Was wollte ich sagen? Ach so. Irgendwann zu unterwegs. Jetzt bin ich abgekommen. Von Sand, Bommeln. Ne, ist weg. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ach so. Genau. Bauliche Mängel. Da waren wir. Bauliche Mängel wurden festgestellt in einer Anlage. Die müssen wir gleich noch beheben und abstellen. Warte, ich muss erst mal... Ja, da muss ich hin. Da. Das wird wichtig. Das müssen wir hinkriegen. Da habe ich nämlich Dinge falsch rum gebaut. Äh. So. So. Durchsortieren, bitte. So viel Zeit muss sein. So. Nur hier unten. Die von den anderen Farbigen haben wir. Aber es hält sich so die Waage, ne? Was wir da so kriegen. Das ist schon sehr interessant. So. Dann haben wir hier wieder von diesen komischen Bürgern ein paar. Ähm. Und dann gehen wir wieder runter. Hohnen erstmal die Kiste. Dann machen wir die baulichen Mängel weg. Äh. Da habe ich nämlich die Kompressoren, habe ich die Hälfte davon falsch rum aufgestellt. Das müssen wir natürlich beseitigen. Das stimmt. Das ist dumm. Und dann können wir, wenn wir unten den, der Bauauftrag sollte ja relativ schnell gehen. Hoffe ich zumindest. Ich glaube das ganze Problem wird das hier sein. Ähm. Ist das noch in Anlieferung? Ah ja. Da muss ich noch wieder runterstellen, dass ich eine 50 haben will. Dann kann ich das jetzt dann wieder anmachen. Und dann können wir vielleicht versuchen ein bisschen was anzuliefern. Ähm. Das. Ach so. Warte mal. Nee. Ich mache es lieber nochmal aus. Auch gefährlich hier so zu crossen, während ich in einem Menü drin bin. Lass uns mal eine Kiste holen. Dann mache ich es angucken. Nämlich. Da habe ich nämlich bestimmt noch einige Sachen drin. Die sie mir dann sonst liefern würden. Komm her. So. Dann kann ich es wieder anmachen. Und jetzt liefert er mir noch hier. Oho. Naja. Das kann er mir gerne bringen. So. Okay. Crystal Dust wird hier abgeholt. Also es ist jetzt auch wieder ordentlich viel am Arbeiten. Ich glaube, Strom geht es jetzt gerade. Aber gut. So. Dann gehen wir nach oben und machen den Baumangel weg. Ähm. Die zieht unten aus. Oh ja. Guck mal. Hier ist schön. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Leitung wird auch gelegt. Gut. Zack. Und da ist er da. Und die Ausläuftzone wird größer. Und gleich fängt er an mit dem Rest. Also hier geht jetzt einiges an Material noch wieder rein. Aber ich hoffe ja einfach, dass ich dann dort unten, ähm, ja, gut produziert kriege. Beziehungsweise die Sachen, ähm, ausgelagert bekomme, damit ich dieses Carrela freikriege für die Metallproduktion. Also Stahl nämlich. Dass wir das alles nicht mit Inline machen müssen. Ähm, aktuell ist das ja alles so ein bisschen, ja, Inline geworden. So, das müssen wir unbedingt, das muss ich unbedingt aufheben hier. Dass das dann so komisch schocken kann. Und der laufen kann auf einer Bahn und die andere Bahn hat nix. So, unbedingt nochmal zusammenbringen. Das wird wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach werden. Ich weiß gar nicht, in welchem Fang das jetzt drin ist. Aber es müsste hier einer sein. Der müsste weiter rechts sein, ne? Oh Mann, nee, das ist hier das alles mit dem Zeug. Ja, achso, und dann wurde noch gesagt, diese Tanks, die ich immer dazwischen baue, wo ich dann immer so mal 80% drin rumlagere, quasi eine Verzögerung, äh, einbaue des Fehlschlags oder der, ähm, von anderen Sachen. So, hier bin ich auch schon falsch rum gebaut, guck an. Die stehen auf den Fallsturm hier, das sind die, glaube ich, genau. So, hat aber trotzdem gereicht nach unten hin, das wird schon mal ganz gut. Also das Lager ist jetzt sowieso voll geworden hier. So, hier drin habe ich sowas nicht gebaut, oder? Nee, hier drin haben wir andere Sachen gebaut. Genau, hier musste ich Kohlenmonoxid machen. Gut, also den baulichen Mangel habe ich behoben. Ähm, und dass ich hier solche, ähm, äh, kleinen Speicher angelegt habe für bestimmte Sachen, das, also für mich hat es den Sinn, dass ich dann, falls ich es doch mal ad hoc irgendwo brauche, weiß ich, ich habe es schon mal irgendwo. Also, ja, der Transport ist natürlich schwierig und so weiter, weiß ich, aber ich hoffe, dass ich da, ähm, wenn ich es wirklich ganz dringend brauche, quasi einfach zur Verfügung habe. Das ist eigentlich, mehr ist es nicht. So, hier sehen wir schon, die Förderbände alle leer, das heißt, hier fehlt irgendein genereller Rohstoff. Mal gucken, was da wieder fehlt. Außen Schalkohol werde ich hier gegen fahren. So, nee. Wird's guter als Lieferung. So, was fehlt dir denn hier jetzt? Irgendein Rohstoff fehlt dir hier? Hier fehlt dir das. Ah ja, das Zinn im... Okay. Das habe ich nicht mehr, auch nicht in meiner Müllhalde. Aufgerolltes Zinn, doch, das habe ich doch irgendwo, oder? Das ist nicht schon irgendwo hier produziert. Hier ist aufgerolltes Zinn. Da sind wir auch alle hin. Was fehlt mir denn da, oder fehlt mir das Soul da? Moment, wir gucken. Wir überprüfen. Soul da ist hier auf jeden Fall leer, und das ist noch da. Aber fehlt mir Soul da. Aber Soul da hätte ich gedacht, wäre noch in der Kiste hier drin, oder? Waren hier kein Soul da mehr drin, oder haben sie sich schon komplett weggeholt? Sieht nicht so aus, als wenn es hier drin ist, ne? Okay, habe ich kein Soul da mehr? Das wäre natürlich jetzt... Hier oben haben wir auch schon alles weggeräumt. So, dann haben wir echt kein Soul da mehr. Okay. Das ist jetzt natürlich auch nicht ganz so schön, muss ich sagen. Ja. Da bringe ich das auch erstmal so hin, dass ich das erstmal automatisch produzieren, oder inline produzieren lasse. Chips habe ich eigentlich noch genug, ne? Hier liegt auf jeden Fall noch Soul da rum. Den kann ich erstmal hochschicken, ja. Den kann ich so erstmal nochmal hochschicken, ja. Wollen wir aber schon in die Abgewickermaschine dann da reinhauen. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen noch was. Hier liegt auch noch ein bisschen was drauf, okay. Wir hoffen hier mal ein bisschen was drauf. Dass hier erstmal ein Band voll liegt. Dann kann der erstmal wieder kurzzeitig was produzieren. Dann kommen wir so ein bisschen zu Rande. Gut, okay. Also Soul da ist jetzt das Thema. Gut. Okay, na gut. Wie weit seid ihr denn da unten in dem Bau? Achso, ich wollte euch die Strommasten... Da wollte ich jetzt nochmal reingucken. Map aus. Strommastenproduktion gibt es hier aus. Da fehlt Kupfer und Stahl. Das wird hier nicht angeliefert. Ne, ne? Nicht in der Höhe. Und gar nicht. Okay. Schade. Dann müssen wir mit anderen mal gucken, was da irgendwie unterkriegen. Ähm. Hier haben wir noch... Naja, noch sind ein paar da. Ein paar Stück lege ich erstmal wieder mit rein. So, den muss ich jetzt mal hier hinstellen. Weiß nicht, ob der repariert wird automatisch oder nicht. Ob es dann Reparaturauftrag geben wird. Hier mal ganz schwer davon aus. Das können wir einsortieren dann früher oder später. Okay, das auch. So. Und dann gucken wir mal, wie haben wir hier noch drinne? Oh, da sind nicht mehr so viele von da. Die müssen wir auch wieder nachproduzieren. So, was fehlt euch? Eisenzahnrad, was fehlt dir? Roter Chip. Mhm. Okay, dann müssen wir das jetzt hier erstmal nochmal wieder in Gang bringen. Dann müssen wir das hier erstmal nochmal wieder in Gang bringen. Dass da ein bisschen was passiert. Gut. Da holen wir uns mal das ganze Material ran. Was man da so braucht für. So. Also wir brauchen ein Gebrot. Da haben wir eigentlich überall noch drinne liegen. Aber da können wir noch ein bisschen was überall neid tun. Was ist hier so drinne? Ah, da sind noch ein paar rote Chips drinne. Ähm, was fehlt denn ihm da? Mach die komische Steuern halt. Warte mal. Ähm. Wie schön. So, dann kannst du erstmal noch wieder ein paar machen. Und wir gehen mal los. Wir holen uns jetzt mal ein paar rote Chips, die wir dann da verteilen können. Oh Gott, was ist denn die hier verteilt? Nein. Mein Gott. Hm. Naja, kann passieren sowas. So, dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, vereinzelt kommen jetzt hier ein paar grüne Chips erstmal wieder an. So, ich hätte jetzt noch ein paar rote Chips drinne. Wie viel sind's? 4,2k. Und wie haben die hier drinne? 20k. Ist ja egal, wo ich es rausnehme, ne? Wird ja trotzdem schieflaufen. Aber aus den hinteren Kisten kann ich es ja rausnehmen, weil da fährt ja theoretisch keiner rein. Wenn die vordersten Kisten sind, dann entscheiden wir erstmal. Okay, dann kann ich das nicht rausnehmen. Zack. Komm her. Dann haben wir erstmal ordentlich rote Chips aus dem System gezogen. Achso, das war auch noch was, dass ich den Bahnhofsumbau da jetzt erstmal nicht mal... Äh, wir werden den Bahnhof dort oben noch eine ganze Weile haben und ich will ja alles auf Vierer ausbauen. Und deswegen, ähm, damit ich dann nicht wieder solche Krücken machen muss beim, beim Abladen, wenn ich das schön säuberlich in Vierer, äh, teilen habe... Braucht der das überhaupt? Ne. Äh, du brauchst die Dinger. So, okay. Gehebe ich die hier mal ein bisschen mit. Gehen wir hier nochmal. Böschenwand rein. Gehen wir hier noch ein paar rein. Das ist schon mal ja zu draus. So, ähm, Stahl müssen wir unten mal holen. Gehen wir hier einmal die Kiste leer. So, und dann machen wir einmal die Eisenzahnradkiste leer. Gehen wir hier auch. Eisenzahnrad. Ein bisschen Stahl noch dazu. Wie sieht's hier aus? Da können wir auch noch ein bisschen Stahl dazu poppen. Den Rest Stahl, den machen wir dann ja später da rein. So, jetzt müssten sie sich eigentlich da... Ja, da sammeln sich schon wieder ein paar an. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, dann holen wir noch ein bisschen gekräuseltes Kupfer. Oder abgekräuseltes Kupfer. Einmal das Förderband leergeräumt hier. Wie ein großer. So. Hopp, 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 hopp. Sehr schön. So, das dürfte erstmal auch wieder eine Weile reichen. Für die Kameraden hier. Zack. Da hab ich noch ein bisschen was auf Reserve. Naja. Gut. Achso, falsch rum. Zeig, klein bisschen was reingeschmissen. Dann haben wir das erstmal hier verteilt wieder weiter. Und dann sollten sich hier so ein paar von den Dingern wieder erstmal da sein. Sehr gut. Dann müssen wir hier mal gucken, dass wir das nochmal einmal in Gang kriegen. Da brauche ich theoretisch für die Produktion alles. Ah ja, da brauchen wir Stahl und was gibt es da noch? Da gibt es da noch Kupferplatten. Achso, das ist mein Zeug, das muss ich jetzt nicht auseinanderstrahlen. So, dann haben wir nochmal Stahl hierher. Ein bisschen Hammer hierher. Ist nicht viel. Aber besser als nichts. So. Und Kupferplatten kriegen wir hier drüben. Drüben wird ja schon Stahl wiederhergestellt. Das ist ja okay. So, wo sind die Kupferplatten hier da? Machen wir doch. Achso, habe ich gerade nicht dabei. Na gut, sehr schön. So, wollte ich gerade sagen, machen wir hier nochmal ein paar Kisten daneben. Oder eine Kiste daneben und lassen wir auch mal 4000 reintransportieren. Aber. Da war wieder einer so clever und. Hat sein ganzes Elementar irgendwo hin ausgekotzt. Aber wir kriegen so ja auch Kupferplatten hin. Ins Inventar so ein bisschen. So. Warte, ich habe hier so ein Ding aufgenommen. Sorry nicht. Und weiße Bretter habe ich auch genommen. Muss ich hier unten auch irgendwo einsortieren können. Da. So, sehr schön. Von dem unterirdischen Band habe ich die, glaube ich, mit abgesammelt. Na ja. So, damit wir dann nämlich hier auch wieder ein bisschen mehr produziert kriegen. Und ein bisschen was hinbekommen. Damit denn hier noch ein paar Masken wieder ein bisschen mehr dran liegen. Gut. Dann haben wir das erstmal hier durchorganisiert. Hoffentlich. Damit der Bau unten ganz getrost vorangehen kann. Und das hier alles fertig gebaut werden kann. Das sieht auch schon sehr schön aus hier. Das wird immer besser. Aber das ist das hier für ein Stück Kabel. Wo kommt das her? Achso, das ist das Restkabel da. Alles klar. Das ist da mit dran. Ah, okay. Gut, gut, gut. Alles klar. Dann weiß ich das ja auch. Das ist da ein Stück Kabel, wenn man rausguckt. Bin ich gerade gewundert, was da so ein Restkabel ist. So, hier unten sehen wir natürlich, dass er da wieder nichts produziert und nichts hingesetzt hat. Weil das außerhalb des sichtbaren Bereichs war. Das müssen wir natürlich dann von Ant wieder machen. So, hier oben wurde gebaut, aber irgendwie keine Stromverbindung. Alles klar. Dann gehen wir da mal hin, machen wir da mal eine Stromverbindung. Und dann werden wir uns da oben noch ein paar Wörner kümmern gleich mal. Oder beziehungsweise ein paar von den Dingern aufstellen. Ein paar Wörner abschießen noch. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon wieder durch. Das geht ja fix. Dann heute wieder. Gut, also jetzt ist Solder quasi das nächste größere Problem, welches wir lösen können, dürfen und müssen. Ist aber auch, naja, ja, ist ein Problem. Kriegen wir aber hin. Denk ich mir mal, das sollte, ähm, ja. Eigentlich aus Gründen des Platzes ist das jetzt nicht da. Ich muss mal gucken, ob ich das inline mache. Muss ich mit mir selber mal ganz kurz ins Gericht gehen. Ob ich das machen möchte oder nicht. Aber eigentlich ist das kein Problem, ne? Na, was ist denn nun? Auserreichbar denn so. So. Und hier alle Strom. Dann müsste jetzt hier gleich der Bereich sich erweitern bis dahin. Und dann könnte man theoretisch jetzt hier das Experiment aufbauen oder ähnliches, damit wir dann dort die ganzen Wörner bekämpfen. Also mir geht es darum, dass wir diesen Platz hier auch noch gewinnen für Metallproduktion und ähnliches. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Sache. Für heute. Wie gesagt, da habe ich, ähm, ja, weiß ich nicht, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so habe ich da gesessen. Einen Abend mal. Und habe das hier alles freigekämpft. Ähm. Und, gut. Ja, in der Zeit ist halt eben sehr viel produziert worden und so. Jetzt sind hier die ganzen Läger erstmal wieder voll. Ähm, ja. Und dann können wir mal gucken, dass wir das hier jetzt so vielleicht eventuell mal entleeren. Und dann werde ich hier eventuell eine andere Bauform wählen, dass ich das zur Seite raus transportiere. Damit ich mehr Metalle auf kleineren Raum herstellen kann, weil das ist momentan Platzverschwendung. Und das, was wir jetzt am meisten brauchen, gerade im Moment, ist Platz. Also wir könnten bauen und haben Ideen, was wir bauen wollen. Aber den Grund nicht dafür. Ähm, wir wollen eine große Kohleproduktion haben. Das könnte man hier nochmal machen, dass wir diese Kohleproduktion hier auf der Seite nochmal neu machen. Ähm, und optimiert aufstellen und ein bisschen besser aufbauen. Also das kann man ja so lassen, aber muss man halt eben die Ausgänge in die andere Richtung legen. Ähm. Und dass ich dann da Kompost herstelle und den Kompost irgendwo anbiete, dass ich den irgendwo mit reinbringen kann. Das wäre mir, glaube ich, noch persönlich noch so eine, so eine Sache, damit ich hier sozusagen, dass hier den Überlauf hier an, ähm, an den Eicheln, äh, sozusagen, verwerte. Momentan ist jetzt nicht unbedingt so, dass jetzt da eine Kiste schon voll wäre. Weiß ich gar nicht, müsste mal gucken. Aber die haben hier alle, naja, 1K ist da drin, da sind 700 drin. Jetzt 1,4K drin, 400 sind auf der Seite drin, also. Weiß jetzt nicht, ob es da irgendwo, ähm, momentan schon, na, 2,6 ist schon ordentlich. 2,5K, 1,9K, da ist schon ordentlich was drin, aber, wie gesagt, die kann man kompostieren dann und in die Kompostanlagen bringen. Oder ich bringe die jetzt einmal rüber da und dann gucken wir mal, dass wir das anders organisiert kriegen, dass wir die da ausorganisiert kriegen. Und, das wird's gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann. Tschüss. Tschüss.